. Zakaria flankt die drei, hinten gut verlängert, TOR! TOR! Ja! 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 3-1! Geht da über die rechte Bahn, ist schon fast ein 16 Meter auf dem Pass. Kulauti freist. Man macht ihn! TOR! 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 Roberto Kulauti macht das nur in der 90. Minute! Ich werd verrückt! Roberto Kulauti haut das Ding unten links rein und das Stadion steht top! 1, 2, 3, schritt! Bette Bahini! Tor! 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 2-1! 2-1! Klapp mal! Javi Bette Bahini! Tor! 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 Musik Die Sonne der Champions Die Börse Die Börse Die Börse Die Champions Die Börse Die Börse Die Börse Die Börse De Camargo mit dem Kopf, Arango zu Hanke, kriegt ihn nicht fest, dann De Camargo, 1 zu 0, Borussia Mönchengladbach, und was jetzt hier im Borussia-Park los war, das kannst du mit Worten nicht beschreiben. Untertitelung des ZDF, 2020